Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Was für ein Fußball-Wochenende, Kili. Ja, mit einem Klassiker. BVB gegen Bayern, da war viel drin. Oliver Kahn rutscht wahrscheinlich immer noch den Sitz nach unten. Wir sprechen auf jeden Fall in dieser Wodcast-Folge drüber, genauso wie bei Sonntagsspiele, Schalke, Stuttgart, Trainer. Also viel dabei und ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Schön ist es am Montagmorgen wieder für euch da zu sein, Kili. Ja, ist doch klar. Nach dem Wochenende, es gibt doch jede Menge zu besprechen. Wir fangen an mit den Sonntagsspielen und da gab es ja direkt um 15.30 Uhr ein Derby. Da war alles drin eigentlich. Es gab zwei Elfmeter. Es gab eine gelb-rote Karte für Kainz. Übrigens meiner Meinung nach komplett berechtigt. Der trifft Hofmann da schon mit dem Arm am Kopf. Kann man schon geben. Dann ein Doppelpack von Benze Baini, der ja letzte Woche in Bremen, du erinnerst dich, noch sehr, sehr unglücklich aussah. Ja, ist aber der torgefährlichste Verteidiger der ganzen Bundesliga. Vier Treffer schon. Ja, zeigt er auch immer wieder. Natürlich auch vom Punkt immer erfolgreich. Dann eine mega geile Bude von Stindl aus der zweiten Reihe. Ja, die war ein richtig schönes Tor. Ja, und dann die Provokation des Spieltages, würde ich sagen. Dann macht der Thüram, der vorher auch schon wieder ein paar Fahrkarten geschossen hat, macht das 5 zu 2, macht endgültig den Deckel drauf und geht dann tatsächlich in die Kurve, mehr oder weniger. Es war ja vor den Köln-Fans das Tor und macht den Modest-Jubel. Ist der frech, oder? Ist der frech? Ja, aber so ein bisschen Pepp muss ja auch rein ins Spiel und gerade in so einem Derby. Ich meine, Gladbach gegen Köln, das lieben die Fans. Da kann man auch mal ein bisschen provozieren und das passiert dann aus der Emotion heraus. Also ich kann das Thüram da überhaupt nicht verübeln. War für mich eine, ja, eine Aktion mit dem Schmunzler. Ja. 5 zu 2 hieß es am Ende. Einer der tragischen Helden, wie gesagt, Florian Kainz, hat erst noch ein Tor gemacht per Elfmeter, ist dann vom Platz geflogen und wir haben ja in der letzten Woche auch schon mal ein Quiz gehabt und damit machen wir jetzt weiter. Ganz kurzer Wechsel, Max Schrader ist jetzt bei mir. Max, du hast dich jetzt etabliert als Quizmaster, du musst jetzt jede Woche ran. Ja, der Quiz-Onkel hat ja seinen festen Platz hier. Genau und die Hörer haben es geliebt, deswegen erzähl, du hast wieder ein Quiz mitgebracht. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen über Florian Kainz gesprochen und dazu haben wir ein kleines Quiz. Und zwar ist Florian Kainz der zweite Spieler der Bundesliga-Geschichte, der einen Elfmeter verschuldet, rausgeholt hat, dann noch gleichzeitig ein Tor geschossen hat und vom Platz geflogen ist. Jetzt die Frage an zu Hause, wer war der andere Spieler? Ich bin natürlich ein bisschen auf eurer Seite, gebe euch jetzt mal zwei Tipps. Okay. Es ist die Saison 2013-2014. Also noch gar nicht so super lange her. Könnte man drauf kommen. Ja, okay. Sagen wir mal so. Und es war das Spiel Nürnberg gegen Freiburg. Okay, also morgen die Auflösung. Max Schrader überlegt mal, wer ist da von Platz geflogen? Elf war rausgeholt, Elf war reingemacht, Elf war verschuldet und von Platz geflogen, ja? Elf war verschuldet, Elf war rausgeholt, Tor geschossen, von Platz geflogen. Okay. Saison 2013-2014. Nürnberg gegen Freiburg. Ich bin gespannt, ob jemand draufkommt. Also mir fällt jetzt im Moment gerade nicht ein. Danke, Max. Kili, hättest du das gewusst? Schon direkt jetzt? Nee. Also mir fällt auch jetzt nach so ein, zwei Minütchen nachdenken niemand konkret ein. Marek Minter, hat der damals noch da gespielt? Könnte vielleicht jemand sein? Aber es ist glaube ich 2013-2014, ist schon zu spät. Schon zu spät, ne? Wir machen weiter, ne? Denn das war ja nicht das einzige Spiel gestern. Wir kommen auf die nächste Partie und da gab es zwei Mannschaften, die eigentlich gar nicht so schlecht drauf sind. Also die Hertha, da denkt man immer, ja, die stecken unten drin, ja. Aber die haben sich schon stabilisiert leistungsmäßig und der SC Freiburger sowieso gut drauf. Thierry bringt die Freiburger in Führung, dann gibt es den Elfmeter. Da habe ich mich hinterher gefragt, was diskutieren die so. Also für mich ganz klares Handspiel von Günter. Also wirklich ganz klares Handspiel. Das ist die Mutter aller Handelfmeter. Luke Bakio macht das Ding souverän rein. Dann geht Hertha sogar in Führung durch Subert Serdar, der eine gute Saison spielt jetzt mittlerweile. Dritter Saisontreffer, glaube ich schon. Genau. Und dann gibt es noch den Ausgleich vom eingewechselten Kevin Schade und der macht dann den Gritty. Ja, die Jüngeren unter euch werden es vielleicht kennen, die Älteren nicht. Also es gibt es irgendwie so ein, ist ein Tanz von Frühjahr. Ja, so ein Breakdance-Tanz. Breakdance-Tanz vom Frühjahr, der jetzt in so vielen Videospielen wie FIFA, wie auch Fortnite, fragt gerne mal eure Kids zu Hause, total angesagt ist und viele machen den und er hat ihn auch gemacht. Sah lustig aus. Sah auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Am Ende 2-2 war schon leistungsgerecht. Und dann kommen wir zu der Mannschaft, die Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga ist. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich sag's dir. Aber gut, du wirst dich freuen. Ich will dir die Freude auch gar nicht nehmen. Wir saßen hier zusammen, haben uns das Spiel angeguckt und du weißt es selber, es ist schwer zu ertragen. Also ein Kollege in der Redaktion hat zu mir gesagt, nach dem Spiel von Union, das sie ja gewonnen haben, Paul Jeckel hat den Kopfball gemacht, sein erstes Bundesliga-Tor, der hat zu mir gesagt, wer solche Spiele gewinnt, wird Meister. Das wird nicht passieren. Nein, also es war kein geiles Fußballspiel. Ich war wirklich auch gelangweilt. So sehr ich Union liebe, doll war das nicht. Aber man muss auch sagen, du hast die zweite Auswärtsreise innerhalb von drei Tagen, warst erst in Malmö, dann nach Stuttgart, das ist weit entfernt von Berlin. Berlin, das musst du auch erstmal machen. Stuttgart war extrem unter Druck, Matarazzo halt auch. Viele haben auch gespielt aus der Malmö-Elf. Noch Becker, Jordan, alle auf dem Platz gestanden. Genau, Belastungen und so. Von daher, was soll ich nicht zufrieden sein mit dem Sieg? Ich bin total zufrieden. Auf das Spiel, wie die Art und Weise, guckt in zwei Wochen gar keine Sau mehr. Von daher ist es mir total egal. Und Union ist die einzige Mannschaft von den ersten Vieren, die am Wochenende gewonnen hat. Freiburg hat nicht gewonnen, die Bayern haben nicht gewonnen, Dortmund hat nicht gewonnen. Wir müssen natürlich jetzt auch über Matarazzo reden. Der hat jetzt neunmal in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen. Das ist nicht viel. Ist eine harte Statistik und dazu hat der VfB negativ, so möchte ich es mal formulieren, noch einen historischen Bundesliga-Rekord eingestellt, nämlich den von Rot-Weiß-Essen aus den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre waren es. Die haben damals 26 Heimspiele in Folge immer ein Gegentor bekommen. Und das hat jetzt der VfB auch geschafft. Der Rekord ist eingestellt. Und da muss ich dir dazu sagen, um mal zu erklären, zu verdeutlichen, weil Stuttgart hat ja auch gute Spiele gemacht gegen die Bayern zum Beispiel und so, aber um zu verdeutlichen, wie schlimm es um den VfB steht, die haben einen Punkt weniger als Schalke 04. Und nur einen Punkt mehr als der VfB. Ja, und das Gefühl bei Schalke 04 ist, die haben seit zehn Wochen nicht gewonnen. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich am nächsten Wochenende eine sehr interessante Partie, sehr spannende Nummer. Wer spielt da? Da spielt Stuttgart gegen Bochum. Ja, so weit habe ich noch gar nicht vorausgeguckt. Aber ob Materazzo da noch auf der Bank sitzt? Ich weiß es nicht. Also wir hören aus VfB-Kreisen, es wird schon noch so sein, weil die Leistung gegen Union war ansprechend, was ich jetzt so auch nicht bestätigen kann. Ich halte den für einen guten Trainer, aber offensichtlich kriegt das momentan nicht auf die Straße. Also ich würde vor so einem Spiel den Trainer wechseln. Ja, habe ich auch das Gefühl. Weil selbst wenn er das Ding gewinnt, dann gewinnst du wieder drei, viermal nicht. Das bringt dir nichts. Hast du spontan einen Menschen auf der Zunge, der es machen könnte? Mehrere. Also Schalke 04 habe ich gestern noch so gedacht, wenn die Kramer rausschmeißen, das tut sich keiner an. Stuttgart, die spielen gar nicht so schlechten Fußball. Da sehe ich so einen Kohfeldt zum Beispiel, den bring ich ja immer wieder ins Gespräch. Stell dir mal vor, der VfB Stuttgart entlässt in dieser Woche tatsächlich den Trainer und schnappt Thomas Reis den Schalkern weg. Und dann gegen Bochum. Genau. Boah. Das wäre wirklich eine ganz riesige Nummer. Hätte Geschmäckle. Weil auf Schalke müssen wir auch so ehrlich sein. André nach der heftigen Pleite in Leverkusen, die ja jetzt keine große Überraschung war, aber die Art und Weise, genauso wie von Stuttgart, war ja bei Schalke schon, boah. Also da schlackerst du schon mit den Ohren. Da ging gar nichts. Dritte Niederlage in Folge. Da ging wirklich nichts. Alles war schlecht. Und wir haben ja selbst irgendwie damit gerechnet, okay, jetzt wird es ganz eng für Kramer. Es ist auch eng für Kramer. Kramer, das wissen wir aus Reporterkreisen. Peter Wenzel ist ja da nah dran mit seinen Reporterkollegen. Und Schalke hat ja auch ein Statement veröffentlicht. Die sind maßlos enttäuscht von der Leistung. Frank Kramer und sein Trainerteam sind jetzt gefordert. Heißt aber auch, er wird gegen Hoffenheim am Freitagabend ist das Spiel noch auf der Bank sitzen. Der Kader ist aktuell für mich nicht Bundesliga-tauglich. Und der Trainer ist es auch nicht, weil gefühlt macht er eine nicht so gute Mannschaft, ich formuliere es jetzt mal nett, noch schlechter. Also es gab jetzt gestern wohl eine Krisensitzung auf dem Vereinsgelände mit Kramer und ein paar Führungsspielern, Mannschaftsrat, also die wichtigen Leute. Da ging es wohl so ein bisschen um Systemfragen. Ja, er hat ja erst in der zweiten Halbzeit umgestellt auf Fünferkette. Es geht auch um Yoshida, der möglicherweise als Abwehrchef jetzt doch erst mal auf die Bank muss. Wen wollen die da spielen lassen? Da ist ja auch bald nichts mehr. Ja, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, der Kader ist nicht doll besetzt und der Trainer ist auch nicht der Beste. Wir wollen natürlich auch nochmal auf den Klassiker schauen, aufs Topspiel, denn da war eine Menge drin. Wir haben eine Sprachnachricht von einem Bayern-Fan. Ich würde sagen, da hören wir jetzt als erstes mal rein. Ich habe gerade schon eure Analyse zum Topspiel gestern gehört. Geht da in vielen Dingen mit. Seht auch so einen kleinen Turnaround im Spiel mit der Aussächsung von Delicht, weil dadurch jede Flanke auf dem zweiten Pfosten auf Mas Raui irgendwie gefährlich wurde und Pavard das sicher in der Luft besser verteidigt bekommen hätte. Aber alles in allem sollten wir doch froh sein, dass wir so Spiele haben mit Emotionen, mit positiven Emotionen. Da muss ich als Bayern-Fan sagen, wie da beim 2-2 fast das Dach wegfliegt. Das war schon einfach geil. Und auch, was die Entscheidung von Schiri Aitekin angeht. Klar muss er aus meiner Sicht auch zwingend gelb-rot geben, tut er aber nicht. Und ich finde, er stellt sich nachher vor die Kameras und erklärt das völlig sachlich, menschlich und nachvollziehbar. Und damit kann ich leben. Also finde ich erstmal gut, dass der das so differenziert sieht und da nicht einfach drauf haut. Wir selber müssen nochmal sagen, Thema Delicht, da haben wir mehrere Nachrichten zu bekommen. Der hat im Spiel schon angezeigt wohl, das hat mir auch ein Kumpel verraten, der im Stadion war, dass er ausgewechselt werden muss. Also der konnte auch nicht weiterspielen. Da muss man Julian Nagelsmann so ein bisschen in den Schutz nehmen. Ja, und der Fan hat es glaube ich auch gesagt, dass er es nicht verstanden hat. Da hat nicht gestern jeder das Interview und so weiter gesehen. Aber nichtsdestotrotz, eins ist ja klar, die Bayern haben akuten Abwehralarm. Ja, definitiv. Also Hernandes ist schon seit zwei, drei Wochen raus, Muskelbündelriss. Davis hat eine Schädelprellung, der war ja im Krankenhaus. Bellingham hat sich übrigens mustergültig, wirklich einwandfrei auch für den Tritt entschuldigt. Ja. Über den reden wir aber gleich nochmal. So und Delicht jetzt mit den Adduktorenproblemen. Das heißt, wenn die ausfallen, müsste Pavard in die Innenverteidigung rücken mit Upamecano. Richtig. Und dann hast du auf den Außenpositionen nur noch Stanisic und Masraoui. Und Stanisic hatte riesen Probleme mit Adeyemi und Wolf. Also das war ja unglaublich. Also da darf aber auch jetzt nichts weiter passieren. Wer soll sonst in der Abwehr spielen? Jo Kimmich könnte noch auf Rechtsverteidiger spielen, aber ansonsten ist es doch vorbei. Ja, du würdest dann wahrscheinlich tatsächlich entweder einen von den offensiven Außen nach hinten stellen, was mutig wäre. Das würde vielleicht gegen Pilsen klappen in der Champions League. Aber dann in der Bundesliga wird es, glaube ich, gegen die Freiburger schon sehr schwer. Ich sehe den Goretzka schon Innenverteidigung spielen. Ja, oder Savica auf Außen und Händen. Ja. Also, ja, wirklich, wirklich schwierig. Und die Stimmung bei den Bayern ist natürlich jetzt auch nicht super. Wir hören mal bei Heiko Niederer rein. Wir haben da natürlich mal nachgefragt. So, ne, jetzt nach dem Spiel alle so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Wie ist es denn an der Sebener? Servus, André und schöne Grüße aus München, wo am Tag nach diesem bitteren 2-2 mit dem Last-Minute-Ausgleich von Modest natürlich immer noch viel Frust war. An der Sebener Straße um 10 Uhr war öffentliches Training der Bayern vor den Fans und Julian Nagelsmann wirkte da tatsächlich noch immer sehr nachdenklich, grüblerisch und in sich gekehrt. Es sah nicht gut gelaunt aus am Anfang. Das änderte sich erst, als, ja, einer kam, den wir lange nicht gesehen haben. Thomas Müller, der war ja fünf Tage mit Corona-Quarantäne raus und danach noch ein bisschen erkältet. Deshalb in Dortmund nicht dabei. Der war wieder auf dem Platz. Also eine gute Nachricht. Und er brachte eben auch gleich gute Laune mit und flachste dann ein bisschen mit Julian Nagelsmann und brachte ihn dann auch wieder zum Lachen. Also der Trainer konnte dann auch wieder sich gut gelaunt zeigen. Was den Bayern natürlich trotzdem zu denken geben sollte, sind die Worte von Oliver Kahn, der nach seinem, ja mittlerweile fast schon legendären Wutausbruch auf der Tribüne auch deutliche Worte ans Team richtete und sagte, man muss mal langsam in die Puschen kommen, weil die Mannschaften da oben nicht immer unentschieden spielen oder verlieren. Und irgendwann wird der Abstand eben zu groß. Deswegen müssen ganz klar Ergebnisse her. Also deutliche Botschaft an die Bayern und an Trainer Julian Nagelsmann. So kann es nicht weitergehen. Erst vier Siege in neun Spielen. Das ist zu wenig für Bayern. Ja, und am besten sollte sich das schon am nächsten Wochenende gegen Freiburg. Spitzenduell dann ändern. Da kann Bayern wieder ganz oben rankommen und dann sieht es auch wieder besser aus. Ciao, ciao. Ja, Kili. Der Thomas Müller hat die Laune gehoben. Das kann ich mir vorstellen. Ja, immerhin. Und offensichtlich haben ja die Bayern gestern groß geguckt. Medienschelte, was macht so wer? Oliver Kahn hat ein bisschen Doppelpass auch geguckt. Hat sich nicht ganz in Uli Hoeneß-Manier dann gemeldet. Hat lieber getwittert. Uli Hoeneß ruft ja bekanntlich an. Ich möchte einen Mann loben. In dieser ganzen Causa, ja. Und zwar Dennis Eytekin. Der saß da am Doppelpass und ich finde, so wie der das erklärt hat, und wenn Schiedsrichter das öfter machen würden, dann gäbe es diese ganzen Riesendiskussionen gar nicht, kann das jeder Fußballfan nachvollziehen. Der sitzt da und sagt, ich will nicht in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden. Bei einer Szene, wo ich bei der ersten gelben Karte schon denke so, ja. Er hat gesagt, es geht um Empathie. Oliver Kahn hat dann bei Twitter wiederum gefragt, wo war die Empathie bei Davis? Bei Coman. Aber ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Ja, das eine war absichtlich, das war gewollt. Und das andere, Bellingham, kannst du das nicht unterstellen, er kommt aus dem Rücken, der will das nicht machen. Nein, das siehst du ja auch hinterher, wie der sich entschuldigt und so. Das ist trotzdem eine gelbe Karte. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und da kann man auch gelb-rot geben. Und das machen auch viele. Und Eytekin hat ja auch selbst gesagt, war das vielleicht zu viel Empathie. Ja, aber das ja so reflektiert. Er hinterfragt sich ja so. Ich finde das gut. Und er erklärt das und am Ende des Tages hat er gesagt, ich möchte hier zur Halbzeit nicht das Spiel entscheiden. Das fand ich okay, weil das meiner Meinung nach noch in einem Spielraum war, der es gerade so, aber mehr auch nicht, wirklich nur gerade so hergibt. Hast du das Interview gesehen von Hansi Flick im Vorlauf vor dem Klassiker Dortmund gegen Bayern bei Sky? Hat mich gefreut. Er hat gesagt über Niklas Füllkrug, was er macht, hat Hand und Fuß. Er bringt gewisse Qualitäten, die wir in dieser Form nicht haben. Und ich sage dir meine These, Niklas Füllkrug fährt mit zur WM. Ja, ich habe ja gesagt, er fährt nicht mit zur WM, aber nach so einer Aussage kann man ja schon fast nicht zurückrudern. Das war es für heute. Das war es für heute. Schöne Woche und wir hören uns die Tage. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Da war eine Menge drin. Gesprächsstoff wird es die ganze Woche noch geben, Kili. Genau und deswegen sind wir ja auch von Montag bis Sonntag immer für euch da. Ab 4.30 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall, wo ihr Podcast hören könnt. Spotify, Apple Podcast zum Beispiel. Also bleibt uns treu und guckt nicht nur den Wodcast. Wir sehen uns im Video, aber nächsten Montag wieder. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Ciao.